Über sieben Millionen Euro kosten die beiden größten Yachten auf der diesjährigen Boot in Düsseldorf. Eine ist bereits verkauft und schippert nach der Schau direkt auf eigenem Kiel nach Griechenland, wo sie den Eigner mit allem Komfort verwöhnen wird. Fendi-Interieur, acht Schlafplätze der Extraklasse plus sechs Schlafplätze für die Crew. Und ausreichend Power. Zweimal über 2000 PS aus zwei 16-Zylinder-Tri-Turbo-Dieseln schuften die Yacht auf über 70 Kilometer in der Stunde. Bei Stiller See. Sie müssen bedenken, dass wir alle Komponenten produzieren müssen, die Möbel, jedes Detail der Yacht. Und wenn wir alles zusammen haben, dauert es sechs Monate mit Probefahrt und Auslieferung. Ganz anders aber ebenfalls reizvoll dank Neuregelung im unteren Motorisierungsbereich. Die kleinen 15 PS-Boote. Endlich ohne Führerschein auf deutschen Gewässern fahrbar. Ermöglichen sie Wassersport und Urlaub auch für Einsteiger. Die Wassersportwirtschaft hofft so auf Impulse vor allem aus jungen Käufer- und Charterschichten, die zuvor wegen der Führerscheinhürde schnell abgewunken haben. Wir haben es ausprobiert. Wir haben junge Menschen damit fahren lassen. Die haben sehr viel Spaß gehabt. Und insofern denke ich, kommt das auch dem Ziel der Messe Düsseldorf entgegen, neue junge Menschen an den Wassersport heranzuführen. Im Bootsbereich gibt es jetzt diese Möglichkeit. Auch ohne Führerschein paddeln mit Segel. Dieses Faltboot der Traditionsbootsbauer Klepper lädt bei Wind ein, von Anstrengung auf Entspannung zu wechseln. Etwas mehr als 800 Euro allein für die Takelage fallen bei einem Bootspreis von ca. 3300 Euro allerdings ins Gewicht. Apropos Gewicht. Fische über 100 Kilogramm kann dieser Hochsee-Angeltrainingsstuhl simulieren. Stundenlang, wenn es sein muss. Blue Marlin und Co. müssen sich also noch mehr in Acht nehmen. Der nächste Biss könnte bei so trainiertem Angler noch eher ihr letzter sein. Man kann das einstellen und auch die Kilos erhöhen. Also durchaus ein 100 Kilo tun oder noch mehr simulieren. Und da muss man sehen, dass die Schnur auch nicht reißt. Man muss nur die Bremse richtig einstellen und, und, und. Haben wir den jetzt transportabel gemacht, dass das also einfacher ist und dass man dann mal den einen oder anderen da draufsetzen kann. Jetzt hat es geknallt. Die Boot 2013. Ab 14 Euro pro Ticket staunen und träumen. Vom Angelhaken oder der Luxusjacht. Und das alles in den beheizten Messehallen in Düsseldorf.